Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Würzige Hopfen und glasklares Wasser braucht der Braumeister für das alkoholfreie Tellbier. Hier im Sudhaus wird unter seiner Aufsicht und nach altem Rezept die Maische einige Stunden erhitzt, geräutert, mit Hopfen gewürzt und intensiv gekocht, bis sie abkühlt und geklärt als sogenannte goldene Würze in grossen Gärbottich flüsst, wo die Hefe zugesetzt wird. Nach einem leichten Angären kommt das junge Tell alkoholfreie dann in den Lagerkeller, wo es bei 0 bis 1 Grad Celsius reift und wo sich auch die prickelnde Kohlenzüri bildet. Und so ist das alkoholfreie Tellbier natürlich am schönsten. Abgefüllt und bereit zum Austrinken. Tell alkoholfrei, auch während der Arbeitszeit erläutert. Und ohne Angst um einen Fahrerausweis. Guten Abend miteinander. Dass Sie der Eiweissbedarf zur Abwechslung problemlos ohne Fleisch decken können, beweist unser heutiges Rezept. Es ist wieder nach den Regeln der gesunden Ernährung zusammengestellt, die die Coop Ernährungsberater aufgestellt hat. Die verlorenen Eier, natürlich ohne Schale, vorsichtig ins heisse Wasser leiten, wo ein Schuss Essig drin ist. Und etwa drei bis vier Minuten ziehen lassen. Hier in der Sauce sind die meisten versteckten Kalorien enthalten. Darum Achtung, alle Zutaten genau abmessen. In unserem Fall ist es der Anke und der Suri Halbrahm. Zum Abrunden von dieser Mahlzeit servieren Sie mit Vorteil einen Vollreiss und einen Rüeblisalat. Das Rezept, das pro Person etwa 610 Kalorien enthält, können Sie morgen den ganzen Tag am Teletext auf Seite 210 abrufen. Neben diesem Rezeptdienst offeriert Ihnen Coop jetzt mehr und mehr Produkte, die Ihre Fitness unterstützen. Das neuste Beispiel ist die Fitness Light Mayonnaise, die alles enthält, was eine feine Mayonnaise ausmacht. Aber eben, mit 55% weniger Kalorien. Also, bleiben Sie fit, essen Sie gesund. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop vier Pack Napoli Spaghetti für nur 2,50 und drei Flakons Tonga Sport Dusch, 3 Franken günstiger für nur 6 Franken. Und morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop das Gitter an 5 kg spanische Aprikosen für nur 9,80. Auf Wiedersehen! Okay. Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal.